Mein Name ist Björn, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-Tools. Ich möchte euch jetzt unseren isolierten Werkzeugsatz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge vorstellen. Wir liefern den Werkzeugsatz in einem hochwertigen Aluminiumkoffer. Ausgestattet mit den Warnschildern, mit dem Absperrband und einem Werkzeugsatz 3,8 Zoll Antrieb mit einer Schlüsselweite von 6 bis 22 Millimeter. Des Weiteren ist ein umfangreiches Zang-Sortiment enthalten. Schraubendreher in Kreuz, PH-Profil, Schlittschraubendreher und dem notwendigen Kabelmesser. Isolierte Werkzeuge sind für Reparaturen an Elektro- und Hybridfahrzeugen unumgänglich. Der Satz ist zugelassen bis 1000 Volt und entspricht der Norm IEC 60900.